Ich werde dich jetzt holen. Gute Chance, also ich habe es ein bisschen überschätzt. Ah ja, das ist ja normal. Von hell ist der Unterschied extrem groß. Ja, wenigstens ein I'd like to be. Bell-Heh-Bell-Heh-Red. Wieso heißt der Bell-Heh-Red? Heißt der Lord Bell-Heh-Red? Also jetzt habe ich wie viel behilfet? Einen. Also, habe ich zuerst. Gut, das war's alles. Er hat mich enttäuscht. Bitte enttäuscht. Ich hätte einen stärken Lord erwartet. Gut. Der ist noch gut mit dem Fail-Damage. So. Ja, ich sehe jetzt, ich mache sehr offensiv den Baba. Der hat ja jetzt schon fast. Ich habe genug aus für das Label. Deiniger. Okay, das war's. So, ich mache mich besser von Damage. mehr fire damage Schhh Sooo da so da Oh ein schwarz ist schwer Ja da holen wir ein bisschen Irgendwo 11k Cool Also 11.000 Ein bisschen Gold zusammen Sooo so 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 Und hier wieder So Gehen wir zum Baal Den letzten von den großen Übeln Und Skrillern Und Skrillern Die gibt es aber nur auf normalen Und nicht auf hell Und auf halbter Und hier Aha, jetzt bin ich der King, ich hab mir Krone auf. So, oh, wie ich zurückgeschleudert wurde von dem Charge. So, komm jetzt, wo bist du? Hallo? Ja, das ist nur der ganz egaliges Monster. Ich hab die Spurz und ich hab die Spurz und ich hab die Spurz und ich hab das. Ah, gleich am Anfang. Also hier durchrennen, es ist mir scheißegal wie viel was das macht. Das ist langweilig hier oben. Im Hell würde es da mehr Spaß machen, wenn die Monster ein bisschen zäh sind. Auch gut Damage haushauen. Das ist langweilig. 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 Ja, aber ich brauche das WP. Ja, platzt alle. Ja, sie platzen vorne. In den Platz der Kragen. Jetzt bin ich auch wieder ein bisschen schneller. Mit der Geschwindigkeit. So, die drei Uhr an. Sind auch gleich Hundefutter. Einer ist schon tot. Das war dann der dritte, oder? Wie viele Levels? Boah. Ja. Wenn wir noch 11 haben. Wenn wir ihn noch dazu holen. Wenn er die Macht dauert. Mach sie an Machen wir ihn auch ein bisschen packen Ping-Pang-Toad L2 Und er hat immer noch keine Aura Zeit um die Aura zu Anziehen Machen Machst du die Aura bitte an? Komm, mach die Aura an Musst du ein bisschen kämpfen Hier hast du ein paar Pechvögel Bist du schnell Bist du irgendwelche Weapon Die ist sehr langsamer Sei stark Gib mir die Macht Aura Aber Ah Wann 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 So, das ist jetzt auch wieder ein neues Gebiet, neu umgestalltes Gebiet, z.B. hat es hier der Snail Graffiti Und hier der Thron ist ein bisschen breiter geworden für mehr Kampfplatz, zum abhauen Aber ich muss mich abhauen, ich bin zu überstarkt mit den geilen Items die ich habe Ich habe das so gewollt Ich glaube es ist nicht H-C-U-M 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 12k Da ist schon 12k Ah So, so, so Du bist halt dumm wie Stück Brot Dumm wie Bärm das Brot H-C-U-M 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 H-C-U's Woah Aber Cheiß Amig Ich habe mich nicht mehr gesehen, ich habe mich nicht mehr gesehen, ich habe mich nicht mehr gesehen. Hier hast du mal Pissen mit meinem Schwert Warten wir halt ein bisschen, bis er sich wiederum entscheidet, nicht physisch und süß sein Schlechte Charme, Schlechte Charme, Schlechte Charme, Schlechte Charme, Schlechte Charme, Guter Charme, Äh, Jubel Ah, das ist der gleiche, dachte schon, jetzt schon wieder das Bix So bin ich jetzt wieder müde Bin doch erst aufgestanden Wann kann ich denn bogen? Also eben 250 237 Dann werde ich offtopic, off, äh, einfach außerhalb der Aufnahme Pistolen hinten leveln Das ist jetzt nicht so interessant und werde dann ein paar Killpoints sammeln mit dem Bogen Der hat 10 auf Killpoint, äh, 10 auf Multiple Shot, das ergibt ungefähr 12, 13 Pfeile Plus die Ice Keys vom Ding gibt ungefähr 18 Pfeile und so Dann greife ich einfach mit 18 Pfeilen pro Schuss an Und ja Ich werde einfach ein paar Killpoints sammeln und dann komme ich wieder, also nehme ich wieder auf Und ihr werdet es wahrscheinlich gar nicht merken Also die Zeit Ok, dankeschön fürs Zuschauen Bis zum nächsten Mal Euer Trager Loser